ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden geilen folge lego fortnite erwachsene jungs spiel mit lego ansonsten wenn es natürlich gefällt like und abo nicht vergessen und wir machen weiter und ich werde heute versuchen einen trick anzuwenden was mir der tommy sagt hat mal gucken ob ich es hinkriege ich bezweifle es und ich habe jacks skelett und ich traue mir jetzt eine runde ich baue jetzt hier gerade einen essenztisch das war noch nicht genau weil ich den dahin da hin essenztisch so langschwert schaden das die heil gegen schiff alter dass er richtig wird ich mache das jetzt einfach ausprobieren will jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt kann man sehen ist ein exklusions kerne waren denn die drin jawohl da noch diesen kann und jetzt habe ich frage ist wie soll ich das rauffallen ach so bestimmt muss ich einen block bauen den unteren abweißen und jetzt darauf ne ja eigentlich und das ist das dafür noch nicht aber ich verstanden sie sind hier und dann ist das einfache bauen willst dann kannst du hier bevor also vorne und von wir haben also daneben kreis kostet dann kostet man hin und her laufen aber ich brauche sind was du brauchst das hinten ja so ich komme okay diese die satz kombination ist einfach nur falsch er braucht sind und kommt das ist so schon irgendwie ein bisschen schwierig gerade so ob sie die hand haben 25 stück ich brauche auch die jahren das führt leider kein weg dran vorbei aber ist egal ich will das hier trotzdem einmal ausprobieren und dann kannst du reißen essenz auf langschwert also und ich kann das aha ich kann immer wieder okay das ist jetzt ist jetzt nicht das nicht das nicht mal annähernd das geld oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott was brauche ich denn nein das hat mal so richtig nicht funktioniert sieht man das jetzt hier irgendwie drauf ne 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 schade das wäre ja geil gewesen wenn man das hätte sehen können na gut kann man nicht alles haben ok die schiebetechnik war mal nicht gut so ich brauche obsidian das heißt ich brauche ja wohl eine wüstenhöhle schon wieder war ok warte warte weißt du was jetzt regnet es das ist ja wohl und da kann ich gleich mal ne neue waffe ausprobieren wie viel scham macht die wow hab ich den gerade alter ich klatsch normale skelette klatsch ich mit der blauen waffe jetzt mit einem schlag weg Ich hab die Essenz angewendet, also Verzauberung. Mach ja jetzt schön 10er Schaden immer. Kevin, die sind eins die noch keinen Gleiter haben, eins ist mir gerade aufgefallen, Alarm Gleiter. Ich nicht, ich habe auch keinen Gleiter. Ja, alle sind, nein ich meinte, außer uns sind es alle. Zack, weg. Ja, aber wer ist denn in dem Vergleichsbeispiel alle? Das war jetzt nur der große Taum. Achso. Okay, ich glaube der Platz ist echt. Aber ich kann schon mal einen Gleiter bauen. Du willst schon wieder alles weggehen. Erkennst du das, wenn du irgendwo runterfällst? Ob jetzt nun real oder sim, also als Spiel und du hast so ein Kribbeln und Ziehen im Bauch? Oh Mann. Oh ja, oh ja. Das hatte ich gerade, als ich hier runtergeflogen bin, Alter. War gerade kurz mal so, wow. Aber wenn sowas ist, dann muss man auch mal auf Klo gehen, ne? Warum rede ich eigentlich noch mit dir? Ich weiß es auch nicht. Wir haben einen Clown gefressen, glaube ich. Ja. Dürretal. Was ist denn das Dürretal? Äh, was wollte ich jetzt eigentlich? Oh, wie kahle sind. Haben wir noch Sprengpulver? So. Äh, hier stand gerade, wir treten das Dürretal, aber ich bin ja schon drin. Hier ist Sprengpulver. 25 sogar. Und lass die fallen. Da in der Kiste. Wir nehmen einfach raus. Oh. Oh, was war Sprengpulver? Was brauch ich noch? Electricity? Äh, Holzstäbe. Holzstäbe sogar bloß. Oh, aber basteln wir uns da gleich mal welche. Eile. So, ne, das... Machen wir uns da ein paar Stück nach. Fikanter Burger. Nice. Aber, aber schön, dass uns dieses Baumenü Spielsachen steht, ne? Ja. Die Spielsachen und dann ist eins der ersten Dinge, die du da findest, äh, fast voll Sprengstoff. Ja. Oh mein Gott. Das sind halt Spielsachen für die... Für die großen Kids, ne? Also... Ich bin bei dir. Ich bin da. Ey, man kann ja Feuer ausmachen, aber man kann nicht grillen. Das ist halt er blöd. Ja gut, brauchst du halt... Alter, was... Ist das mein Dings da unten? Ja. Was denn? Na, mein Auto knallt da immer gegen. Ach so. Oder es soll... Es soll ein Auto sein. Machen nicht. Das ist die ganze Zeit erstmal... Wo ist das Auto? Der Suche sein nach einer Höhle, das ist auch doof. Das ist runtergerollt. Das sollte mein Auto irgendwann mal werden, ja. Aber ich... Das ist doch viel zu groß, oder nicht? Oder... Ist das gut so? Ach quatsch. Das muss ich... Das muss ich ausarten wieder hier. Okay. Wenn du Essen draus sagst, dann scheide ich keine Höhle aus. Sehr ein Höhle. Auch ganz viele Holzstäbe. Okay, muss mal gucken. So. Weil wir hatten zwei Holzstäbe in der anderen Truhe. Hm. Ja, wir haben sogar noch ganz viele Holzstäbe. Okay. Wir haben sogar 60... Wo denn? Wo denn? Seht ihr in der Kiste, wo die ganzen... Hier in der Kiste. Warte, lass ich hier fallen. 36. Also es sind 60, irgendwie. Hier, zack. Oh. Mein Invental... Also ich kann ja bis 30 aufnehmen. Kann sagen. Schön hier. Glucksaft. Höllen auch, ne? Ja, ne, ich kann es auch runter... Ich kann es auch runterbringen, diese Höhle Stäbe. Das ist eine geile Oase eigentlich. Ich würde das Auto erstmal hier einfach... Ich könnte es auch runterbringen. Warte. Mein Holzstäbe kann man auch machen. Warte, ich sehe nix. Das ist ungefähr. Ich sehe nix. Was ist denn das? Wie das hier? Hm. So ein Block. Hey, der hat ja noch Block durch die Wand gebacken. Ich hab da reingeschoben. Ich glaub das funktioniert nicht so. Aber Kevin, weißt du, man kann sogar durch die Wand, also durch die Felsen backen. Wenn man... Fasen? Es ist mal einem passiert. Durch die, äh... Rausen. Ja, es ist, äh... Durch die Mauer hier. Oh, Weichholzstäbe. Kann ich holen, warte. Warte. Mal sind hochlaufen. Wieso brauchst du? Das, was du hast. Okay. Alles. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin oben wieder. Ich hab... Achso. Das ist ja mal wieder ein Wolf. Weil ich weiß, ich bin vor der Tresse. Nein. Nein. Das hab ich hier. Halt ohnehin. Ich muss sagen, was Karriken noch nicht regeln, weil du denkst nicht mehr an. Aber... Machen sie ja doch. Irgendwann mal. Und unten. Okay. Naa Naa Hmm Ihn как wo es kommt schon weiter vor. Ja normalen investig. und ein auto. Ich brauchto bloß und scheiße. so Ach, ich verbrauche Fackeln auch noch. Achso. Was soll einer sagen? Äh, Kev, Kev. Du verbrauchst übrigens Fackeln, wenn du das machst. Nein, das sagst du jetzt nicht. Das ist zu spät. Derselben Gedanke hatte ich nämlich gerade auch, weil ich hätte das genauso gemacht. Hehehehe. Hehehehe. Oh, hier ist eine Basis. Hallo. Doch, danke. Eine Vase? Ja, auch eine Vase. Ein Blumentop. Eins und... Ah, zwei. Nein, 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 ich runterfallen. Danke. Oh, es schwebt, ich schwebt, ich schwebt. Ich hasse, ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Sag mal, hast du's? Ich komm zu euch, ich komm zu euch. Nein, runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ist ja ein Typ mit dem Kuchenkopf. Hehehehe. Selbe wieder. Nein. So, dann musst du wohl wieder eine Treppe bauen. So ein Ding. Ich bin einfach runtergebackt. Ich bin einfach runtergebackt. Ja, toll. Ich bin hier bei euch. Ich will ein Bauen. Oh, fuck. Oh, ich glaube, ich hab gerade das komplette Lager zerlegt. Oh gut, so viel war das jetzt aber auch nicht. Ach nee, noch nicht. Oh, er ist irgendwie weg. Weg. Oh, voll. Oh, wieder herzend verloren. Schießt. Schießt einer von hier? Oh ja, schießt. Dreifach-Elamino-Runk. Oh, die sind noch. Ich hätte schon was hin. Ach, mal die Kuppeln hat Sinn. Oh, nochmal zwei große Düsenrand-Bamse hier. So. Was das? Weiß ich nicht. Und Gas. Oh, siehste, geil. Es funktioniert. Oh, das war nicht gut. Nee, das wusste ich nicht. Nee, Lenk tue ich nicht, aber ich rolle sehr viel. Oh, das war nicht gut. Nein, das war gar definitiv gut. So, nicht. Ah. Der Bestätigungssound. Erwin, heute gehe ich in Eiswand. Wenn ihr mitrollt, dann könnt ihr bescheid sein. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, das ist super. Können wir das machen, wenn ich meine Base auch so weit aufgerüstet habe? Ich meine, ihr macht das zu zweit. Ja, ne. Ja. Oh, was ist das hier? Nee, ich würde sagen, da gehen wir alle hin, oder? Aber da brauche ich noch Weitkurs. Das heißt, hier ist ein anderes Holz? Nee, ist es nicht. Wo habe ich dran? Voll. Okay. Was ist denn los hier? Die ganze Zeit sind irgendwie gewesen. Und kriegt ihr angeteilt, der ein bisschen nicht wird. Also irgendwie, da kriegt man irgendwo einen Lenker, oder man geht nicht? Es geht nicht. Kevin? Wir brauchen mal einen für Metall, äh, dass er Metall, äh, ihr Ding sucht und sowas. Metalldetektor? Nein. Einer hat erarbeitet und, äh, ich weiß nicht. Oh, das Ding ist ja auch groß. Genau, du musst. Ach so, ja. Das, äh, warte, dann kann ich den doch hier losschicken, hier. Nom, 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 nom. Sammler-Ressourcen. Ne? Das ist ein Ressourcen-Leute sammeln. Ähm, ich gebe mal, ich gebe mal hier einen anderen Shop, weil die macht das nicht. Macht das irgendwie nicht. Verdammt nochmal. Es führt kein Weckrand vorbei. Die ist denn so? Meine Hülle. Meine Hülle, Hülle. Erzeugte, Textilien. Genau, Textilien, Erzeugung. Die macht das gut. Lauf auf, wenn Weichholzstab, und, ach Gott, das ist ja so viel, Alter. Geh mal schnell Breitkor sammeln. Bin, dauert nicht zu lange. Dann kann man heute gleich gehen. Wann, was, ist das hier nicht ne Hülle? Ich bin ein bisschen beschäftigt, oder willst du mitkommen, der Hülle? Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch Ausrüstung für die Hülle habe. Ich hab eine blaue Acht, eine zweite. Gucken wir noch, ach, äh, so, ähm, ähm, Wolf, Wolfgier, wie viel hast du eigentlich, äh, inneren Feuers, ähm, Medaillen, fast, oder, äh, wie fährst du? Beginning of Night Feuer, Medaillen? Hab ich, gar keine. Klar. Okay, dann Skaw 8 oder so. Okay, dann, trauen wir 8 bis 7. Äh, 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 16. äh, 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 ëh, ähä, äh, äh. Und renen die Hülle! Vor allem einmal sind wir 30. Kevin, kommst du mit, oder vor allem,nah, alle ... brauche ich nicht nur die ist quatsch ja die sind hier ganz schön muss auch noch einen schau herzustellen ja wir haben noch ich kann eine herstellung und blaue spitz hatten ich habe jetzt am besten noch zwei herstellen ja aber ich glaube ja schön obsidian herrlich endlich weichholz und dann auch kurz ist der weichholzstaat und sandclaw da können wir noch zwei her drei herstellen sandclaw habe ich weiß nicht geben zwei api zum beispiel hast du jetzt ein ja eine zwei hat eine ok dann kann ich mir noch schnell ein fleisch erstellen ok so wert habe ich nicht doch ein grünes habe ich noch ein ja bei die die ähm die blauen dauern zu lange grameisbraten zack schildern das ist halt auch wie viel ich habe ich habe es ist er ich habe 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 was brauche ich für eine Axt eine blaue ach Gott schliffene Bernsteine wer ist denn auch die Idee kommt geschliffene bahnsteine dafür zu benutzen aber die äh die äh äh die äh der äh äh kupfer und raumwurte starten haben wir denn überhaupt noch ne kusser da so ja kupfer haben wir glaube ja ganz die haben wir sogar kumpfer haben ich würde nochmal eine epische herstellen ja aber da braucht man da ist immer noch knorrenwurte starb und eine waldachs ich dachte ich dachte ich bin bereit ich habe alle gemacht eine epische würde ich mir gerne noch mitnehmen die schmelze draußen schmelze nach hier drei koffer waren ja aber wir haben kein pfeil kommen jetzt nicht dabei kacke weiter ressourcen also du hast so wenig ressourcen aber das ganze so viel machen so drei habe ich jetzt nicht dachte ich irgendwie habe ich gerade das lieben im kopf von denen ich komme nicht mehr diese komische zwergen bernd mit underground machen dann lass uns los meist abholt muss auch das weiß so jetzt kann ich so bist du da ich deine schneebeere geben wofür dass du nicht dass du nicht in der höhe so schnell schwitzt weil du hast ja glaube zwei teure ich habe eine höhle markiert die ist ganz hinten ist auch hier vor ich komme noch ich gehe vor ich nehme mir nach ich folge ach so nach ich folge genau ich gehe vor die höhe ist da ganz hinten ja ganz hinten ja die sind ach so ich muss gucken die ist so die ist da ok 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 mach das so aber ohne jemanden den spaß verderben zu wollen dann sind schon wieder bei 20 minuten bei 20 ja wenn man überlegt dass das vorher so die standardzeiten gewesen sind und mittlerweile oh sind wieder zehn minuten rum ich habe gewonnen warte nein das war falsch nein das ist zu spät und oh nein das riesenvieh ist wieder da oh genau aber wir müssen da lang gut das ist auch eine abkürzung nichtsdestotrotz wir müssen jetzt einmal beenden damit wir noch genügend Zeit haben um weitere Folgen zu machen oder Explosionskerl entsprechend vielen dank fürs zuschauen alles gut viel spaß in der nächsten folge wir sehen doch und bis dahin bis dahin alles gut bis dahin